Moin Moin miteinander und herzlich Willkommen in Neverwinter im herrlichen Helmsholt. Ja, heute machen wir die nächste Fünferinstanz, aber Solo, normal. Ich würde sie eigentlich auch ganz gerne episch Solo machen, aber episch kommt man ja nur über die Warteliste rein und da ist man dann zu fünft. Ähm, Solo geht leider nicht. Also gehen wir jetzt in die normale Solo-Instanz rein, episch, mal gucken, was uns erwartet, wie gut wir da vorankommen. Bei der Crackmeyer-Gruft war das ja überhaupt kein Problem. Ähnliches erwarte ich eigentlich auch hier. Von daher bleibe ich, äh, nicht, äh, bleibe ich auf meiner, ähm, Damage-Skillung und nicht auf, ähm, Stealth. So, äh, und rein da. Ja, betreten, so. So, wir sind drin. Ähm, nehmen wir irgendwelche Buffs? Ja, ich glaube, außer meinem Kuscheltierchen nehme ich erstmal keinen Buff. Ähm, naja, hier können wir einmal eins gegen, so. Schadet nicht. Und dann laufen wir mal durch. Ich will versuchen, daraus mehr oder weniger so einen Speedrun zu machen, indem ich, ähm, nur kämpfe, wo es nötig ist. Ja, nächstes Opfer. Das glaubt auch nur ihr. Ja, anzündeln, genau, anzündeln. Äh, na, komm ich hier raus? Ich glaube nicht. Okay, hier muss ich kämpfen. Es sind jetzt auch ein paar mehr geworden. So, das krieg ich auch noch. Das kriegt ihr. Ein bisschen zurück. Und so. 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 Große Probleme bisher nicht. Jetzt schießen sie von oben. So. Irgendwas hier von Interesse für uns? Ich glaube nicht. So. Illusions... Hätten wir die hier die ganze Zeit durchlaufen können? Ah, so Mist aber auch. Ja, ja. Von wegen. Okay, durch die Tür kommen wir nicht durch. So. Sind wir fertig? Ich glaube, wir sind fertig. Weiter geht's. Ja, mein Lebensbalken ist voll. Also ich muss keine Heiltränke oder irgendwas nehmen. Ich bin echt überpowered hier. Also. Das hier ist weiterhin kein Problem. Bisher. Ja, ich weiß nicht mehr. Oh. Oh. Oha. So, ich würde sagen, das läuft, oder? Es läuft. Äh, hier komme ich noch nicht durch, na gut, dann halt da. Oha, hier komme ich noch nicht durch, na gut, dann halt da. Oha, hier komme ich noch nicht durch. So, weiter geht's. Ja, ich verstehe, ich folge euch, Paladin. Lauf, 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 lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Crunch. So, Zwischenboss. Misrael, Everdark. So. Na, dann wollen wir uns mal vorstellen. Pow. Au. Au, au, au. Also, auch wenn ich jetzt getroffen werde, die machen einfach zu wenig Schaden, um mir wirklich ernsthaft gefährlich zu werden. Auf, 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 auf. Aaaaaah! Knie vor, I smell the earth. Hey y'all, knie selber. Hey y'all, knie selber. Hey y'all, knie selber. Das sah ja eben aus wie bei Bud Spencer, so ein Rundumschlag und alle sind weg. Ich werde eure Seelen direkt in die Schilder bringen. Woher kommen die denn her? Zündeln! Oha! Das sind aber ganz schön viele, die hier jetzt rumlaufen. Ah, der nächste Boss, oder? Ich glaube, ich sollte hier ein bisschen aufmachen vor dem Boss. Das ist ein Rundum. Das ist Ihr Rundum. So, kurzer Prozess Ich glaube der nächste Boss War schon ein bisschen knackiger Weil er ganz viele Etz beschwört Ja, wir werden sehen Behrad, der Bösartige So Behrad Mal gucken, wer Bösartiger ist So, erstmal gibt es was auf dem Kopf Pau So, das war Behrad Der war doch gar nicht so Bösartig Den hatte ich schlimmer in Erinnerung Na gut, aber damals hatte ich glaube ich Ich weiß nicht 5000 Ausrüstungswert oder so So Äh, na komm schon Zack Rums Irgendwas brauchbares hier Miau, miau Äh Ah, blöde Falle Wieso gehen die Zellen auf? Ich mag euch alle nicht Geht weg Dort seht ihr unser nächstes Opfer Wo denn? Tötet sie Tötet sie alle Äh, ich komm hier nicht durch Ja, okay Das sind jetzt ein paar mehr Ja, ich äh Ach hier Schalter Kann nicht durchgeführt werden So müsste aber auch Ja, gut Dann müsst ihr alle dran glauben Kann ich auch nichts für yn 50 20 40 20 und 10 Ok 25 20 20 20 So, war's das? Das war's schon. Irgendwas von Interesse für uns? Ich glaube ja eher nicht, aber... So, was passiert hier? Eine Geheimtür. Ha. Na, wenn wir schon drin sind. Ja, das hat sich mal gar nicht gelohnt. Schnell, 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 schnell. Hey. Ah. Ach. Geheimt! Es ist ein eingangs. Es ist ein eingangs. Oh, oh, oh! So, sind wir da. Na gut, dann, äh... Ja, ab zum Drachen. Hahaha. Ihr seid zu spät, kleinen Teufelchen. Ihr seid zu spät. Jetzt kommt Mama Drache. Chattilifex. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob ich... ...den knacken kann. Okay, den Schad mach ich schon mal ganz gut. Blöde Giftwolke. Ja, falsch. Neuer Fähigkeit. So, jetzt mal suchen. So, komm. Komm, komm, komm. Sack. Das war's für heute. Das war's für heute. So, das war der Drache Wenn jetzt noch das ganze Gerüppel hier los wäre Hat sich ja doch ein bisschen was angesammelt, ne? Eine ganze Menge sogar Wie viele sind denn das? Ah gut, so langsam werden es weniger So, einmal rundherum wird jetzt geschlagen Last man standing So Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in dieser Höhle gekämpft habe Gegen diesen lieben Drachen Das war ein echter Kampf Das war ein echter Kampf Da war es zu zweit mit Tito Zwei Schurken gegen diesen Drachen Und da mussten wir uns schon wirklich anstrengen So, da hinten sind noch Hallo hier Ups Jetzt sind sie Ah, da sind noch ein paar Lingeling Hex Locus zerstört So, was haben wir in der Truhe? Hm Assessinenpantoffeln Naja Mein Gott Irgendwer wird sie schon gebrauchen können So Das war so das Lager des trugenden Drachen Auf normal Aber dafür solo Und Auch das ging Mal gucken Was kommt als nächstes Ich weiß es gerade nicht Aber Wir werden es schon sehen Ich suche die nächste Höhle raus Und dann machen wir die Und Bis dahin sage ich Tschüss Und bis bald